Darf ich mich vorstellen? Ich bin Franz Stanzl, seit mehr als 20 Jahren Filmproduzent und Inhaber der Stanzl Media, dem einzig privat geführten Filmstudio in Niederösterreich. Alles begann mit der Reise nach Hollywood. Meine Faszination war so groß, dass ich mich spontan entschloss, meinen Job als Abteilungsleiter aufzugeben und Filmproduzent zu werden. Nach meiner Rückkehr aus Amerika begann ich meine Karriere als Kameramann beim ORF, wo ich mit meiner Arbeit zur wesentlich stärkeren Präsenz des Waldviertels im Fernsehen beitragen konnte. Meine Vision war es damals wie heute, professionelle Image- und Werbefilme für TV-Anstalten und Unternehmen zu produzieren. Auch neue Präsentationstechniken wie die Multiscreen-Technik wurden von mir entwickelt und setzten Meilensteine in meinem Unternehmen. Unsere Kernkompetenzen reichen heute von der Produktion diverser Dokumentationen, Bildungsfilme, Imagefilme und Werbespot. Bis zu hochwertigen Flugaufnahmen mit kreisselstabilisierten Kameras auf Hubschraubern. Die Herstellung aufwendiger 3D-Grafiken, Computeranimationen, Zeichentrick- sowie Sprachaufnahmen und Spezialeffekte sind in unserem multimedialen Studio genauso möglich wie die Produktion kompletter TV-Sendungen. Zahlreiche internationale und nationale Auszeichnungen sowie die Zertifizierung, Certified Austin Film Producer bestätigen unser Know-how und unsere Leistungen. Ich würde mich freuen, auch Ihr Unternehmen bei einem weiteren Schritt vorwärts unterstützen zu können. Ihr Franz Stanzl